Und jetzt, beim nächsten Mal, nimmst du die Arme nach oben, atmest ein und gehst jetzt noch mal runter bis zu den Zähnenspitzen. Hallo, liebe und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir einen total netten Gast eingeladen, der ist nämlich der Freddy. Der ist auch Teil des VRK-Content-Netzwerks. Und Freddy, du bist Physiopath. Ich bin Physiopath, ja. Das finde ich super, den Namen übrigens. Also erstmal lieben Dank, Caro, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja, ich bin bei Instagram der Physiopath und freue mich auf die Themen, die heute kommen, weil wir haben das Thema Rückenschmerz. Rückenschmerzen und nicht nur Rückenschmerzen, sondern wir gucken mal, was bei mir eigentlich so alles im Argen ist. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den VRK, ohne dessen Unterstützung diese ganzen Videos nicht möglich wären. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt soweit alles Internistische ausgeschlossen oder irgendwie was grobes Chirurgisches in der Notaufnahme. Dann sage ich, okay, es sind irgendwie unspezifische Schmerzen und verweise die Patienten an einen guten Physiotherapeuten. Was machst du damit denen? Als erstes immer befragt. Also ich frage halt erstmal eine Anamnese, so wie ihr es wahrscheinlich auch in einem Krankenhaus macht, was war in den letzten Monaten, war irgendwas, war Übelkeiten da, auch andere Dinge. Also nicht nur Rückenschmerzen, ob da irgendwas ist, sondern was ist sowas anders als sonst. Und dann diagnostiziere ich das danach, gucke mir an, wie auch auf jeden Fall erstmal das Becken unten steht, wenn das eine Lendenwirbelsäule war. Ansonsten Kopfbeweglichkeit, Kaltbrust, aber wir können es ja eigentlich mal machen. Ich würde auch sagen, wenn ich dich schon mal da habe, ich würde gerne wissen, was bei mir so alles schief steht. Hast du deine Rückenschmerzen? Ich habe Rücken. Und Kreislauf. Kreislauf, Rücken, Blutdruck, alles. Gut. Vor allem gute Laune, aber ich habe folgendes Problem, seit ich tatsächlich schwanger war, habe ich so einen leichten Becken schief schon und kriege immer mal wieder Rückenschmerzen. Jetzt kannst du vielleicht mal zeigen, können wir euch jetzt mal zeigen, was du so für Tests machst. So, also wenn ihr jetzt schon schaut, seht ihr eigentlich, dass die Beine so gehen und dann geht der Oberkörper nach hinten. Das heißt, obwohl sie gar kein Hohlkreuz hat, steht sie aber im Hohlkreuz. Das ist nicht wirklich ein Hohlkreuz. Dann schaue ich mir hinten das Becken an, drehe ich mal um, dass ihr das jetzt seht und schaue mir, ich mache mal hoch. Ja, mache mal hoch. Und schaue mir, hier sind meistens so kleine Grübchen, diese beiden Knochenstücke an vom Becken. Also da sind meine Fände dran und dann lasse ich sie einfach mal nach vorne beugen. Nein, folgt nicht mal nach vorne Richtung Zehnspitz. Das ist ein echt gutes Video, Leute, hier. So, stopp, stopp. So, jetzt merkt, komm wieder hoch, merkt jetzt schon. Das Becken hängt hinten und das geht mit nach vorn. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, in der Mitte ist das Kreuzband, so. Das geht nicht mit und das geht weiter nach vorne. Das ist die Verbringung, genau. Das heißt, jetzt müsste man sich noch das Kreuzband angucken, wie das so steht. Ja, kann in verschiedenen Positionen sein. Und dann kann es aber auch dran liegen, und das ist erst, das ist echt der Hammer, dass es zum Beispiel am Darm liegt. Weil ja alles verwachsen ist, auch mit Bändern. Ja, du hast Kinder gekriegt, Gebärmutter ist ja irgendwie da, hat sich ausgedehnt, Blase weggedrückt, irgendwie was immer. Die Blase hat Verbindung im Becken. Jetzt geh mal mit den Händen runter, so weit, wie du mit durchgestreckten Beinen kommst, an deine Zehenspitzen. Das ist echt feinlich. Mach. Na, guck mal. Warte, so. So, also sagen wir mal, es sind 10 Zentimeter. Ja, die noch 10. Sag mal, hups. Mach 20. So, jetzt mach mal folgendes. Du nimmst beide Hände. Nimm beide Hände, du spürst dein Schambein. Genau. Ja, wie ist das? Super. Ja, das ist super. Jetzt ziehst du den Bauch nach oben. Überstreckst dich, atmest ein und aus. Bauch nach oben ziehen und weiter hochziehen. Noch einmal, Bauch hochziehen und locker lassen. Und jetzt, beim nächsten Mal, nimmst du die Arme nach oben, atmest ein. Und gehst jetzt nochmal runter bis zu den Zehenspitzen. Und du kommst weiter. Krass! Okay? Krass! Und ein Test in der Rückenlage, also wir fangen am Stand an, wäre dieser Laseg-Test. Ja, dann soll ich mich mal hin. Leg dich mal auf den Rücken. Das ist auch so ein Test, den könnt ihr super zu Hause machen übrigens. Das ist echt eine coole Sache. Also, wenn jetzt jemand Rückenschmerzen hat und du möchtest gerne bestimmen, ist der Nerv betroffen oder nicht. Du streckst mal jetzt, das rechte Bein ist das Betroffenere? Ja. Also rechts hast du Rücken? Ja. Okay. Streck mal dein rechtes Bein, ohne die Zehenspitzen ranzuziehen. So. Jetzt macht er sich schon mal eine Beweglichkeit lustig. Jawohl! Jetzt merkst du dir die, merkt man sich halt diese Bewegung, ja? Jetzt habe ich ja noch nicht, wenn ich nämlich den Fuß ranziehen würde, merkst du hinten mehr Spannung. Und jetzt spannst du die komplette Faszienkette hinten einfach durch. Aber auch den Nerv, weil du, siehst du das Nerv? Ja. Geht runter bis zum Fuß. Ja. Teilt sich zwar nochmal auf in verschiedene S, ist aber völlig egal jetzt. Zehenspitzen ran und machst den Test nochmal mit durchgestreckten Bein. So und ich würde jetzt bei Caro sagen, sie gleicht hiermit aus gerade, weil sie jetzt gerade hoch wollte. Ja, ja. Ach so. So, das heißt du bleibst so, dann ist es die gleiche Position, aber es zieht dir mehr hin. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass jetzt in dem Fall könnte man, wenn sie jetzt hier irgendwelche neurologischen Erscheinungen hat im Fuß oder so, dann würde ich dann mal gucken, ob die Bandscheibe vielleicht doch draußen ist und die abgeklemmt wird. Aber, wenn der Nerv gedehnt wird, müsstest du einen riesengroßen Schmerz ins Bein kriegen. Also mit unterscheidest du quasi vom Bandscheibenvorfall, ob der Nervbruch drauf ist oder jetzt nicht. Und ein geiler, oder eine super Sache, wie du auf dem Bandscheibenvorfall ausschließen kannst, ist, bei gestreckten Beinen am Boden liegen und derjenige soll einfach nur seine Füße angucken. Guck mal. So. Schau mal. Wenn du das jetzt hinten im Rücken wehtut, ist das ein Bandscheibenvorfall, weil du das Rückenmark dehnst und dann hinten rausdrückst. Ja, vielleicht können wir das einfach mal zeigen. Guck mal, da ist doch eine Wirbelsäule. Zeig doch mal, dass man das mal versteht, was da eigentlich passiert. Also vorhin, was ich meinte, Becken-Kreuzbein. Ja. Die haben eine Verbindung, aber so gut wie keine Beweglichkeit in dem Fall. Vielleicht sollte man kurz mal erklären, das ist hier die Wirbelsäule, das sind die Dornbrot-Sätze. Das sind die Nerven, die hier rauskommen. Genau, das sind die Nerven, die unten rauskommen. Aus den letzten drei Löchern kommt dann der Ischessnerv übrigens, den wir gerade mit diesem Test gemacht haben. Ja, die verbinden sich und gehen dann hier in den Ischessnerv. Das ist quasi das Becken von hinten und das ist das Kreuzbein. Hören wir alle mal ab hier. Jetzt drehen wir mal um. Andersrum. Und bei Caro würde es halt jetzt so aussehen. Ja, wenn jetzt eine Kompression, also ein Druck, hier sieht man ja auch schon mal einen Bandscheibenvorfall übrigens, gegen diese Nervenwurzel kommt, dann wird auch beim Kopf anheben das Rücken mal gedehnt und das kommt noch weiter raus, wird noch weiter rausgedrückt und drückt halt dann gegen den Nerven. Können wir einmal zeigen, eine Bandscheibenvorfalle. Aber ich kann das ja gut, also bei mir ist... Also an der Bandscheibe würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas ist. Es ist rein muskulär, rein bandapparatmäßig irgendwas, also wahrscheinlich auch wirklich durch die Geburten, das würde ich mir auch angucken. Ich würde mir auch die ganze Struktur hier unten angucken, wo die Organe sind. Irgendwann hast du so ein Gefühl, wie du sie spüren kannst. Und dann auch Beckenstellung, ob sich halt was verändert. Wichtig ist danach auch immer, aber vielleicht auch für alle, die Physiotherapeuten werden wollen, schaut euch immer danach an, was danach irgendwie anders war. Weil wenn der Patient sagt, nee, das ist anders, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Dann musst du irgendwas anders machen. Wir haben halt eher das Ausschlussverfahren. Ärzte im Krankenhaus haben halt bildgebende Verfahren und viele Sachen, wo wir halt zusammen irgendwie gucken müssen, was machen wir am besten. Aber weißt du, was ich mir wünschen würde? Tatsächlich, also wir neigen ja dazu, oder viele Ärzte dann einfach zu sagen, nimm mal drei Tage Schmerzmittel und gucken, ob es besser wird. Aber das ist ja nur Symptombekämpfe und keine Ursachenbekämpfe. Also müssten wir einfach mehr und mehr miteinander arbeiten. Also Ärzte gemeinsam zum Beispiel mit Physiotherapeuten und auch ein Feedback sich einrufen bei euch. Das würde ich mir halt wünschen. Ja. Also das ist ein Wunsch, weil ich habe riesen Respekt vor allen Ärzten. Auch vor denen, die auf dem Boden liegen, vor dir mit offener Hose. Ja, das würdest du dir wünschen? Also die Zusammenarbeit, ich glaube die Kommunikation, aber das haben wir, das ist immer so das Problem, Physiotherapeuten sind auch nicht immer gleich Physiotherapeuten, genauso wie Ärzte auch. Was wir vorhin auch gesagt haben, wir sind halt beide, glaube ich, mit unglaublich viel Leidenschaft schon immer bei diesem Beruf. Also du als Ärztin und ich als Therapeut. Und wenn du sowas findest, dann hast du auch immer eine gute Kommunikation. Also ich habe zum Beispiel in Berlin einfach nur zwei Ärzte, die wirklich das Vertrauen auch haben, also mir als Therapeut, die Patienten, bevor sie sagen, ey, ich würde echt gern noch nicht operieren, sondern der ist noch so jung, dann würde ich noch keine OP machen und ich soll mir mal angucken, ob es physiotherapeutisch, auch im Athletiktraining, krankengymnastisch, osteopathisch, irgendwas geht, wie ich den nochmal hinkriege, damit das nicht wehtut. Und das würde ich mir total wünschen. Diese Kommunikation und Zusammenarbeit, weil wir arbeiten ja eigentlich alle für Gesundheit. Ja, wir arbeiten alle an dem Gleichen, nämlich am Patienten, dass es dem Patienten besser geht. Dass wir heilen, also eigentlich heilen. Und zum Schluss hat immer der, der heilt auch recht. Der heilt auch recht, sage ich auch. Ja, und wenn es halt ein Placebo-Effekt ist, dann ist es halt ein Placebo-Effekt. Das ist völlig egal, aber ihm geht es besser. Naja, und vor allen Dingen muss man auch sagen, jede Operation, die man vermeiden kann, ist gut, weil auch jede Operation natürlich Risiken birgt und das, was du machst, ist ja völlig harmlos, im Gegensatz, wenn ich die Skalpell anlege und die Wirbelsäule aufschneide. Können wir mal Tipps geben? Was soll jetzt der typische deutsche Durchschnitts-Büro-Mitarbeiter machen? Augentraining, wirklich Augentraining, den Computer mal beiseite lassen, Augentraining, aufstehen vom Platz. Augentraining, was meinst du? Augentraining, ich würde wirklich peripher gucken. Es gibt eine super Übung, du nimmst beide Daumen nach vorne. Fit mit Freddy, eine Übung. Eine erste Übung, Augentraining. Du gehst mal so weit nach hinten, wie es geht. Bleibst du da, ja? Ja. Okay, wieder vor. Lässt deinen Kopf vorne, Nase bleibt da, du bewegst deinen rechten Daumen nur nach hinten. Unruh, was, stopp. Und guckst ihm nur mit den Augen nach. Langsam. Nur die Augen, bis du den Daumen nicht mehr siehst. Mit beiden Augen nicht mehr siehst, ja? Ja, bis du ihn wirklich gar nicht mehr siehst. Da. Okay, wieder vor. Und jetzt geh nochmal nach hinten mit Kopf jetzt. So wie am Anfang. Komplett drehen. So weit wie du kommst. Krass! Du kommst weiter. Ja, und was sagst du? Hoffen du meins verloren oder ist noch was zu retten bei mir? Da ich weiß, dass du dich regelmäßig bewegst und da du auch was dafür tust, so wie es jetzt ist und auch nach der Schwangerschaft viel getan hast, wirst du definitiv auch in Zusammenarbeit mit deinem Osteopathen oder Physiotherapeuten da schmerzfrei werden. Und das ist ja das Hauptsache. Was können wir denn jetzt noch Menschen für Tipps mit nach Hause geben? So die drei wichtigen Dinge, die wir jetzt sozusagen nochmal zusammenfassen. Auf jeden Fall erstmal Gewichtsabnahme. Also die drei wichtigsten Dinge finde ich, also du bist, was du isst, also achtet auf Ernährung. Ich weiß, dass es für viele nicht immer machbar ist, jetzt teures, gutes Essen einzukaufen. Dann muss man halt mal schauen, was man kaufen kann. Dann Bewegung und auch mal einen Ausgleich schaffen. Wenn du halt wirklich im Büro arbeitest, auch mal einen Ausgleich schaffen und dich zwischendurch einfach mal bewegen, den Bildschirm wegzulassen, Training zu machen, damit überhaupt erst gar nicht solche starren Bewegungen, wenn du die ganze Zeit halt so sitzt, dann wird es halt irgendwann fest. Und als drittes? Wirklich auch mentale Ruhe reinzubringen, also Stressreduktion. Das finde ich zum Beispiel, ich bin gerade dabei, finde ich super cool, ich habe wirklich damit angefangen, ich bin irgendwie ein Fan von Meditation. Aber die Frage ist immer, ist es zu esoterisch oder irgendwas? Ich finde es nicht esoterisch, am Anfang war es echt komisch, wenn irgendjemand dir redet, du musst jetzt sagen, aber je mehr du das machst und dieses Hier und Jetzt, ich glaube, wir sind so emotional auf den Vergangenheit. Aber ich glaube, weißt du, was das Geheimnis daran ist, dass man sich auf sich selbst konzentriert und mal auf seinen Körper konzentriert. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Und nicht immer auf andere, was macht der, was macht der, ist der besser, das ist auch sowas. Vielleicht sind wir beide auch da extrem, weil wir uns nur auf uns konzentrieren. Nein, aber wir können es tatsächlich auch so sagen, bei einer Geburt zum Beispiel, wenn du Wehen hast, dann kannst du viel Schmerzen dir nehmen, indem du in die Wehe reinatmest und versuchst, was wegzuarbeiten. Also es geht. Das kenne ich so jetzt nicht, aber ich habe es nicht erlebt von außen. Ich sage euch, es funktioniert, das ist auch gut, dass du es nicht kennst, ich sage, wenn Männer Kinder kriegen würden, dann wird nichts. Aber von da an, das ist zum Beispiel, was das funktioniert. Okay, also das ist ja auch der Moment, hier und jetzt. Das ist ja das, was heißt, also diese drei Faktoren finde ich super wichtig. Gut, das heißt, ihr geht jetzt eine Banane essen und danach geht ihr eine Runde laufen und meditiert eine Runde und danach ist alles besser. So macht ihr das. Sehr gut. In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. multiplatieren. Vielen Dank.